Nicht vom Spiegel, der ist mittlerweile schon wieder runtergefallen. Oh, kaputt. Hallo Leute, hier ist der Busu heute wieder. Jetzt mal eine ganz kurze Vlog-Session nochmal. Bin ja hier nicht am machen gerade. Bis dass ihr halt mal seht, wie es hier momentan noch aussieht. Ja, wie gesagt, Zimmer von meiner Mitwohnerin halt, dass man schon mal sieht, dass sich schon mal was getan hat. Hier noch jede Menge Müll. So, wir kommen halt einfach zeitlich nicht dazu, entweder viel Arbeitszeug oder halt wirklich, ja, was anderes zu tun. Küche steht mittlerweile halbwegs, so ungefähr, alles angeschlossen. Auch mega Akt, aber das passt. Jetzt bin ich gerade am machen vom, nicht vom Spiegel, der ist mittlerweile schon wieder runtergefallen. Oh, kaputt. Aber hier sind die Lampe, die wollte meine Mitwohner unbedingt haben. Ja, dann kommt es auch ran, da. Und habe ich jetzt in die Fliesen gebohrt, hat zum Glück geklappt. Ja, Video kommt heute noch. Bloß, dass ihr halt eben schon mal Bescheid wisst, wie es bei mir aussieht, was da alles geht und wie auch immer. Ihr haut rein. Ciao, ciao.